Ich fliege mit der deutschen Luftwaffe mit dieser A400 nach Island und auf dem Weg dorthin werden wir einige Eurofighter mit tanken. Alter Leute, das ist einfach wie im Film hier, wirklich. Wir starten. Wir dürfen jetzt mal hoch zum Cockpit schauen. Das mal hier direkt aus der Luft mitzubekommen, ist echt unbezahlbar. Wer von euch möchte eigentlich zur Bundeswehr? Die Tankschläuche werden jetzt gerade ausgefahren. Alter. Direkt vor dem fliehen wir gerade einmal 2 Euro weiter. Die größte Gefahr ist, dass die Eurofighter gerade maximal 10,25 Meter zu fährt sind. Und muss irgendwie in unseren Reizugschraub reinführen. Boah, ist das krass. Wir sind jetzt in Island gelandet. Hier findet eine große Übung der Luftwaffe statt. Und zwar Rapid Viking. Alter Falter. Das ist so surreal, so nah vor so einer Maschine zu stehen. Wer würde sich trauen, damit immer mitzufliegen? Hast du immer noch Respekt, wenn du da reinsteigst? Ja, muss man haben. Man darf keine Angst haben, aber Respekt muss man auf alle Fälle haben. Und hinter mir startet jetzt einfach noch ein Eurofighter. Junge. Wenn ihr mehr über die Rapid Viking Übung lesen wollt, dann schaut euch gerne den Link in den Kopf nach. Junge, ihr macht den Fick.